Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht ihn, das neue Zeitalter ist eingeläutet. Manuel ist am Start. Hallo, ich bin zurück und willkommen zurück. Wie geht's dir, Manuel? Gut. Gut? Ja, soll ich sagen, wie immer eigentlich. Wie immer. Unverändert. Ja, und wie gefällt dir die neue Location? Ich habe gedacht, wir waren ja immer unter der Brücke, wie ihr wisst. Jetzt sind wir auf der Brücke. Nicht in Namba, sondern heute in Umeda. Und ja, umgeben von hohen Gebäuden, Leuten, die hier mit der Bahn fahren und so. Wie gefällt es dir? Ja, es ist anders. Man fühlt sich erhobener, erhabener. Ja, es ist was anderes. Man fühlt sich wie so ein Level Up. So, wir haben es geschafft. Genau, wir haben den Aufstieg geschafft. Wir haben uns hochgearbeitet. Wir haben uns hochgearbeitet, Leute. Das neue Zeitalter ist eingeläutet. Und wir wollen das neue Zeitalter einläuten mit einem etwas traurigen Thema. Einsam in Japan, Leute. Wenn man als Ausländer nach Japan kommt, dann ist es ja meistens so, gerade wenn man auswandert, man lässt seine Familie zurück. So war es bei dir wahrscheinlich, bei mir war es ja auch so. Und vielleicht ist das Land ja auch gar nicht so, wie man es sich vorgestellt hat. Hattest du mal Phasen hier in Japan, in denen du dich einsam gefühlt hast? Nicht wirklich hundertprozentig einsam, aber als die die erste Euphorie verflogen war, ja, wurde man dann doch schon ein bisschen damit konfrontiert, dass man diesen Schritt jetzt doch gemacht hat. So am Anfang ist das so noch ein bisschen unwirklich alles. Man ist wie so ein Traum, ein guter Traum, kein Fiebertraum, ein Albtraum. Aber für einige vielleicht schon. Ja, nee, aber das ist eigentlich ganz, also ja, ganz gut erst. Alles super, super, super. Und danach irgendwann kommt man so ein bisschen runter und denkt dann, ja, jetzt bin ich tatsächlich hier für immer vielleicht dann. Und ich muss aber sagen, was es für mich einfacher gemacht hat, da muss ich sagen, ein Hoch auf die Technologie, dass du jederzeit eigentlich immer mit allen in Kontakt halten kannst dann. Und auch mit einer Kamera und kannst du alle sehen, kannst du alle hören. Das hat es auf jeden Fall wesentlich einfacher gemacht dann. Ja. Und auch nicht nur für mich, auch für meine Familie drüben auch. Ich war ja dann auch einsam, einsam in Deutschland, einsam in Deutschland. Aber das geht schon. Aber ich habe auch schon von anderen gehört, die haben das dann nicht so gut weggesteckt. Und sind dann auch letztendlich wieder zurückgegangen. Also das waren dann auch die, die auch nur aufgrund der Arbeit hierher gekommen sind. Aber da war es dann schon ein bisschen anders. Also ja, das kommt natürlich auch an, mit welcher Einstellung man herkommt. Klar, ja. Aber selbst mit der positivsten Einstellung wird man damit irgendwann konfrontiert, dass man dann doch, ja, okay, jetzt bin ich doch hier und die sind alle paar tausend Kilometer weg. Irgendwo. Und ja, aber gut, ich hatte auch meine Frau hier gleich. Also ich bin jetzt nicht alleine hierher gekommen und saß dann alleine in der Wohnung rum. Ich meine, das passiert zwar auch. Da hast du geweint. Ja, das, so viel Flüssigkeitsverlust hatte ich noch nie in meinem Leben. Ja, sonst hat sich alles gut. Ja, das ist doch gut. Wie oft hältst du Kontakt mit deiner Familie? Hast du noch Kontakt zu Freunden aus Deutschland? Ja, ja. Die auch in Deutschland jetzt sind? Ja, das ist immer noch regelmäßig und dazu muss ich auch sagen, das wird immer weniger im Laufe der Jahre. Es ist schwer, oder? Ja, es ist halt, also am Anfang war es halt für mich so, ja, erst mal hier und alles schön und gut. Aber ich war noch sehr, sehr stark verbunden mit, jetzt nicht mit Deutschland direkt, aber noch mit meinen Leuten dann doch. Und da war es sehr häufig, da war es wirklich noch fast jede Woche, relativ häufig. Und aber je mehr ich mich dann hier eingelebt hatte und dann angefangen hatte zu arbeiten und dann noch hier ein paar Freunde gemacht hatte im Laufe der Zeit dann, das ist dann alles immer ein bisschen weniger. Und jetzt ist das so, im besten Fall im Monat, manchmal auch alle zwei Monate, zwar schreiben, so Nachrichten zwischendurch, das schon, aber so richtig, richtig reden. Das ist dann schon ein bisschen weniger dann, aber ja, das ist auch okay. Also da kommt jeder auch in Deutschland mit zurecht, der hat alles akzeptiert, dass ich mich langsam distanziere. Nee, so nicht, aber das wird im Laufe der Jahre einfach weniger, unbewusst auch, man kommt da gar nicht mehr so hinter. Man ist ja jetzt ja auch in so einem Alltag drin mittlerweile und ja, kommt gar nicht mehr dahinter. Das ist ja eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, dann kriegst du ja auch immer eine Nachricht. Du meldest dich ja gar nicht mehr. Du denkst dir, ja, ist alles okay. Ist schon wieder ein Monat vorbei. Und dann, oh ja, ist ja schon wieder Oktober, ups. Ja, aber das geht mir auch so. Ich finde es auch unglaublich schwierig, allein schon wegen der Zeitverschiebung. Also wenn hier ja der Tag ist, ist in Deutschland ja im Grunde noch Nacht jetzt, sondern da wird ja jetzt, was haben wir, guck mal, wir haben jetzt 1 Uhr, da ist in Deutschland irgendwie noch halb sieben morgens gerade. Und dann gehen die Leute oder Freunde natürlich in der Regel ja auch arbeiten oder auch Familie. So, und dann, wenn die zurückkommen, schläfst du aber schon wieder. Das macht es auch schwierig. So, und das finde ich unglaublich schwierig. Das heißt, eigentlich bleiben nur die Wochenenden oder man selber bleibt bis tief in die Nacht auf, um die Abendzeit der Freunde in Deutschland mitzubekommen. Oder die bleiben halt irgendwie lang auf, bis du morgens wieder wach bist. Aber das ist ja auch schwierig, wenn du dann wieder arbeiten gehst, beginnt das gleiche halt irgendwie von vorne. Und das hat bei mir auch dazu geführt, dass halt jetzt auch über die Monate und Jahre mittlerweile halt immer mehr abgeebbt ist, sage ich mal. Ab und zu mal eine Mail oder mal eine Nachricht oder so. Aber, und dann kommt noch dazu, dass man zu viel Aufwand, dann bist du halt hier abends müde und denkst dir so, ah. Und irgendwie finde ich, man lebt sich auch auseinander so ein bisschen oder gerade bei Freunden jetzt. Die haben dann irgendwann natürlich vielleicht auch ihre Familie, man hier hat seine Familie. Und dadurch, dass man gar nicht so oft den Austausch hat, verliert man so ein bisschen den Anschluss oder nicht? Das geht eigentlich. Also, ich habe sowieso immer das Gefühl, so bei guten Freunden, die kannst du jahrelang nicht sehen und triffst du dann wieder, ist es eigentlich so, als wäre es gestern gewesen. Ja, das stimmt, ja. Also deswegen, die Dauer dazwischen, die macht jetzt gar nicht so viel aus. Und ein Auseinanderleben eigentlich auch nicht mehr, weil die meisten, die meisten Freunde, die kenne ich schon seit 25 Jahren oder 30 Jahren. Aber man kennt sich da schon und ab einem gewissen Alter entwickelt man sich auch nicht mehr großartig weiter. Da weiß man eigentlich schon immer, was da so ungefähr los ist, auch wenn man sich nicht austauscht, regelmäßig. Aber ja, was du sagst mit den Zeiten, das habe ich am Anfang auch alle möglichen Kombinationen mal ausprobiert. So am Anfang, gut, da hat man auch noch viel mehr, war man noch nicht so verweichlich, hat gesagt, ach, lass mal hier um 4 Uhr nachts dann los anfangen. Dann ist es bei euch 9 Uhr, dann ist es ganz gemütlich und dann hat man bis morgens hier durchgemacht dann. Aber das ist halt auch keine dauerhafte Lösung. Und meistens ist es jetzt so, dass, gut, meine Mutter, die ist jetzt Rentnerin und hat halt immer Zeit, dass das dann, da kann ich es dann ganz gemütlich machen, kann ich sagen, abends 9 Uhr, okay. Bei meinen Freunden dann, ja, da probiere ich es dann auch aufs Wochenende zu legen und dann, dass wir so, meistens so, wenn es hier 12 Uhr ist, dass wir dann anfangen. Und dann, dass ich mich zumindest noch hinlege, bevor es hell wird wieder. Ja, meistens, meistens so. Deswegen ist es dann auch nicht mehr so häufig. Wenn wir es dann aber machen, dann meistens zu einer Zeit, die dann halbes gut passt und dann auch für ein paar Stunden dann gleich, damit es sich auch lohnt. Ja klar, ansonsten, die nehmen sich Zeit, du nimmst dir Zeit dann, das ist ja klar. Ja, also würdest du sagen, du bist jetzt nicht mehr, was heißt nicht mehr, aber nicht einsam? Also du fühlst dich jetzt nicht so einsam in Japan oder? Ne, also ich selber eigentlich nicht. Also ich hatte meine Tiefphase auch, aber die habe ich erst rückblickend als solche wahrgenommen. Ah, okay. So, in dem Moment war es einfach nur so, ja, war die Arbeit halt auch nicht so toll und ein paar Sachen kamen dazu. Und dann das erste Mal auch so, so eng aufeinander zusammenleben mit meiner Frau. Das kann ich so auch noch nicht. Und da kann auch viele andere Reiber reiten dazu dann. Und da war es, da war man immer so, ja, ja, also nicht so toll jetzt gerade. Aber gut, dann habe ich auch gesagt, ich höre jetzt auch mit diesem, mit dem Job, mach was anderes. Und ja, dann ging das wieder. Dann bin ich auch wieder aus dem, aus dem Loch rausgekommen. Ja, und jetzt so Rückblick, kann ich sagen, oh, das war tatsächlich mal so ein Tief, weil es sich da so wenig drin war. Habe ich es jetzt nicht so schlimm wahrgenommen. Ja, ich meine, das könnte man auch in Deutschland haben dann. Aber das kann auch gut sein, dass das auch von der Situation kam, dass ich halt hier bin. Und es ist letztendlich doch immer noch irgendwie alles Fremdes. Es ist jetzt immer noch alles eigentlich noch Fremde. Ich meine, man kennt zwar schon vieles mittlerweile, aber ich glaube, es wird immer irgendwie sowas Fremdes immer noch mitschwingen. Klar, natürlich, klar. Aber, ne, so jetzt, muss ich sagen, so bin ich, bin ich nahe des Gipkels vielleicht. Auf der Brücke schon drauf. Ja, genau. Und, ne, genau, das ist so eine Versillenbildung. Davon, unter der Brücke, auf die Brücke. Auf die Brücke. Alles wird besser. Ja, ne, aber ich, ich habe das von ehemaligen Arbeitsgelegenen mitgehört. Da waren auch welche, die aufgrund der Arbeit drüber gewechselt sind, hier zum Hotel. Und da haben viele gesagt, ja, das ist ganz lustig hier, aber, ne, ich bin froh, wenn ich wieder zurückkomme. Ne, nicht, weil sie das Land irgendwie nicht toll fanden oder so, sondern wirklich einfach, weil die Entfernung zu Freunden und Familie dann doch ein bisschen zu zehrend war letztendlich. Ja. Also, glaubst du, die haben das gesagt, vor allem halt wegen der Entfernung zu Familie und Freunden. Ja, ja, ja. Da waren die kulturellen Dinge dann nicht so schlimm, sage ich jetzt mal. Ne, ja, das war vielleicht dann auch, auch vielleicht noch ein anderer Punkt. Wie gesagt, am Anfang hat jeder so eine Euphorie, glaube ich, und jetzt und dann irgendwann appt es ab nach ein paar Monaten und dann bist du mit der blanken Realität konfrontiert. Die harte Realität. Zu viel des Guten. Und sagen wir vielleicht, ne, das passt dann nicht mehr, aber, ja, das, aber wie gesagt, ich glaube, das hängt auch davon ab, mit welcher Einstellung man rüberkommt. Und wenn man jetzt sagt, ah, ich gehe jetzt hier rüber für meine Karriere, dann ist es noch das andere, zu sagen, ah, ich will einfach, ich will hier einfach herkommen, weil ich das alles erleben will und hier meine Wurzeln schlagen will, dann, oh, Entschuldigung, Unfall. Streit auf der Brücke, Junge. Ja, nee, wie war es eigentlich für dich? Für mich? Ja, also, ich denke auch, die Einstellung spielt eine große Rolle. Klar, ich finde auch nicht immer so gut, dass Familie so weit weg ist jetzt, ne, in Deutschland, vor allem, weil, bei mir ist jetzt auch so, meine Schwestern komme ich besuchen, aber meine Mutter zum Beispiel hat Flugangst und kann gar nicht ins Flugzeug steigen. Das heißt, wenn wir nicht fliegen, kommt sie halt gar nicht. Das ist halt schon ein bisschen, ja, blöd irgendwo, weil dadurch natürlich auch, also wir können ja nicht so oft jetzt nach Deutschland irgendwie so fünfmal im Jahr oder so. Das wäre natürlich einfacher, wenn dann wir einmal und einmal kommen, wäre natürlich einfacher schon irgendwo. Klar, das ist nicht immer so einfach, aber es ist jetzt, also, wie soll ich sagen, jetzt gerade mit Kind, seit über einem Jahr, ist es halt irgendwie, es gibt hier so viel zu tun, dass halt auch, ja, dass irgendwie, wow, schon wieder einen Monat weg oder so halt. Ich bin mittlerweile so eingebunden hier, ne, mit der eigenen Familie auch und allem, dass ich sagen würde, ja, also ich fühle mich sehr wohl und ich habe nicht dieses Gefühl der Einsamkeit jetzt hier irgendwo. Weil halt klar, die Familie auch, Frau und Kind dann jetzt da ist, aber ich muss auch dazu sagen, ich bin glaube ich generell auch niemand, der immer so richtig viele Kontakte braucht, weißt du, wie ich meine? Sondern ich kann auch gut für mich und... Ja, 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 das kenne ich zu gut, ja, bin ich ja auch. Also ich habe auch nichts dagegen, wenn ich jetzt mal zwei, drei Tage niemanden treffe oder auch mal eine Woche oder so. Ja, ich, ja, das ist auch so, ich wertschätze meine Zeit alleine, sogar vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als Zeit mit anderen zusammen. Ja, ja. Deswegen macht es auch einfach, ich sage es immer so, vielleicht ein bisschen mehr so, nee, nicht, nicht, ja, nicht, so allein sein schon, aber nicht einsam sein. Ja, ja, genau, man ist alleine, aber nicht einsam. Also es war in Deutschland ja auch schon, ja, also habe ich auch öfter mal Nachrichten bekommen, wieso meldest du dich nie? Hast du mich? Ist irgendwas? Ja, nein, ich bin einfach nur faul und genieße meine Zeit alleine. Es hat keinen tiefsinnigen Grund. Ja, das konnte ich hier so ein bisschen rüberbringen, aber ja, wie gesagt, so einige Sachen, wo ich dann auch so ein kleines Tief hatte, das sind so Sachen, die unterbewusst dann vielleicht einen dann ein bisschen irgendwie, ähm, äh, sagt man jetzt, beeinflussen, ohne dass man das wirklich mitbekommt dann. Und dass es dann vielleicht tatsächlich damit zu tun hat, dass man doch letztendlich in einer anderen Umgebung ist und dann doch nicht so super hundertprozentig alles, äh, top ist, wie man vielleicht gedacht hatte, dass das vielleicht auch noch mitschwingt dann unterbewusst dann. Ähm, aber das, das ist wahrscheinlich auch ganz normal. Ich meine, du kannst wahrscheinlich auch in der von Deutschland irgendwo umziehen und hast vielleicht dasselbe Gefühl dann. Ja, klar, es ist immer ein neuer Ort irgendwie, ne, dann, wie du ja sagtest, in deinem Fall auch der Job, das ist natürlich auch ein großer, großer Teil, ne, weil man geht ja da fünfmal die Woche hin. Ja, ne, eigentlich. Und dann für acht Stunden oder mit Überstunden sogar noch mehr. Das ist ja schon ein großer Teil vom Leben und wenn da das irgendwie nicht stimmt, dann, glaube ich, sorgt das schon für so eine Grundunzufriedenheit vielleicht auch irgendwo. Genau. Und dann könnte es dann auch geschehen, dass man vielleicht sagt, ah, ich bin vielleicht doch wieder zurück. Ich meine, das, das habe ich selber nie, nie gedacht. So, für mich war es schon endgültig zu sagen, äh, wenn ich weg bin aus Deutschland, dann auch nicht mehr zurück eigentlich. Ähm, ähm, ist aber auch wieder ein bisschen einfacher gewesen, weil ich auch nie so verwurzelt war wirklich. Ich bin zwar dort geboren und dort aufgewachsen, dann aber habe nie wirklich irgendwo Wurzeln geschlagen. Ja, ja, das geht mir auch so, ja. Ein tausendmal umgezogen hierhin, dorthin, da hin und, äh, dann, äh, ja, irgendwann zum Studieren ja auch dann auch umgezogen, dann, äh, nach, nach Bochum dann, ja. Und, ähm, da war ich dann auch schon ein paar Kilometer weg von meinem Heimatort an, da war ich dann auch, da habe ich zwar noch den Luxus, jede Woche zurückzugehen, dann. Ähm, ähm, irgendwie, wir hauen unsere Füße hier gegeneinander. Ähm, so, und jetzt sind es halt eben ein paar tausend Kilometer, das ist schon ein bisschen was anderes, aber, ne, meine Mutter war einmal hier, muss man sagen, als ich, ähm, hier angekommen war, ein halbes Jahr später kann sie einmal her, um sich zu vergewissern, ob das auch alles in Ordnung ist. Ob das okay ist. Nein, ich wollte einfach nur schauen, wo, wo ich lebe und wie das ist und, äh, das war dann für sie dann auch noch, ähm, für sie dann, um sich nicht einsam zu fühlen, dann. Ja, ja. Dann kann man mal sagen, ah, sie weiß, es geht mir hier gut und, ähm, ja, und das reicht. Und für mich war es dann auch gut, dass sie das gesagt hat, dass, das hat es auch wieder einfacher gemacht, dass ich dann, äh, äh, klar, das wird akzeptiert, sozusagen, ja. Dann konnte ich mich selber auch dann, äh, dem voll Ends hier auch hingeben, dann, ohne immer mal im Hinterkopf zu haben, ich habe alle zurückgelassen. Was alle verlassen und alleine gelassen. Ja, das schwingt ja, ja, schwingt so ein bisschen mit, auch, na, auch wenn das jetzt nicht so, so ein bisschen hat man das doch immer so, oh, ja, doch, ne, wäre ja schön, wenn ich doch mal eben schnell vorbeifahren könnte zu meiner Mutter oder, oder bei meiner Schwester mal eben vorbeifahren kann oder spontan mit einem Kumpel treffen, das sind halt die Sachen, die halt, äh, weg sind, was man dann doch schon ein bisschen manchmal so denkt, oh, schade, ja, das wäre jetzt schön. Aber, gut, im Laufe der Zeit, in der Regel baut man ja auch hier Kontakte auf und wie du auslust, man wird auch mehr, in mehr und mehr Sachen eingebunden, ähm, dann verschwinden solche Gedanken auch im Laufe der Zeit dann. Ja, ich glaube, das ist vor allem am Anfang, oder, ne, so am Anfang in dieser Transitzeit oder wie man die nennen soll, dieser Übergangsphase. Die Transenzeit. Manuel, das müssen wir ja rausschneiden. Das können wir jetzt nicht senden, ne, ne, okay, also die Übergangszeit. Fertig, man. Ne, aber, ne, ich glaube, aber ich glaube, vor allem da ist das, oder, weil da kennt man hier noch nicht so viele Eingewöhnungsschwierigkeiten, vielleicht mit der Sprache ein bisschen holprig am Anfang noch, Job neu, und, aber wir haben, wenn man sich hier einmal eingelebt hat, richtig und so, dann glaube ich, geht das mit der Zeit auch, ne, und ich glaube auch, dass nur die Leute am Ende lange hierbleiben, die dann halt damit auch klarkommen, ne. Ja, ja, genau. Aber würdest du sagen, generell, von deinen Erfahrungen her, auch so von anderen Ausländern, die du vielleicht kennst, dass eher so ein bisschen introvertierte Leute, ja, besser in Japan zurechtkommen? Weil, so wie ich das jetzt raushöre, sind wir ja schon eher so die Leute, die nicht immer jemanden treffen müssen, sage ich mal. Ja, ne, also das hat sehr lange gedauert, bis ich mal wirklich sowas wie eine Freundschaft hier aufgebaut habe. Also, ja, mein erstes halbes Jahr, halbes Jahr habe ich ja praktisch drin verbracht, weil ich dann noch keine Arbeit hatte. Ich musste auch mein Visum dann noch warten, bis das alles fertig war. Und meine Frau war dann ja schon arbeiten, ich war halt dann immer zu Hause. War dann noch gar keine Pandemie, hör mal, hast du ja schon Quarantäne gemacht? Ich hab dich schon drauf vorbereitet sozusagen. Ja, das war ja halt, für mich macht das keinen Unterschied, ob das nun ist oder nicht. Ich bin sowieso immer drin. Ja, ne, das auf jeden Fall. Also, man muss ja nicht wirklich rausgehen, um irgendwie irgendwas machen zu können. Man kann ja auch vieles, hier in Japan vielleicht sogar noch mehr, du kannst ja alles online machen. Das habe ich auch jetzt vor kurzem erfahren, dass du auch online diese UFO-Catcher, dass du das auch online machen kannst. Ja, du kannst das mit einer App und so, du kannst das online machen, das ist der Wahnsinn, ja. Und diesen ganzen Gacha-Kram kannst du auch alles online machen. Du sitzt den ganzen Tag zu Hause und machst UFO-Catcher. Ja, du kannst alles online machen. Ja, also als Introvertierter ist das ein sehr, sehr gutes Land. Ist schon gut, ja. Und ich meine, ja, auch draußen kannst du rumlaufen und wirst nicht angequatscht eigentlich. Ja, das finde ich immer super, ja. Also, wenn ich in den Bergen bin oder so, klar, manchmal kommen einem Wanderer entgegen oder so, aber selbst in so einem Setting, man grüßt sich kurz, aber das war es in der Regel auch. Also, das ist halt wunderbar. Du gehst irgendwo hin, du kannst den Ort hier genießen, du kannst die Natur genießen, aber auch Stadt oder sonst was. Und niemand will mit dir reden. Das ist einfach gut. Ja, also, man kann das ja auch anders sehen, die Einsamkeit, als was Positives, wenn man sowas halt... Man hat seine Ruhe. Also, wenn man nicht vollgelabert werden will, dann hat man das hier eigentlich. Genau, ja. Das ist auf jeden Fall auch ganz angenehm. Aber ja, wie gesagt, wie du auch sagst, von der Einstellung hängt es definitiv ab. So will man hierher kommen, weil man das Land kehren will. Oder hat man auch eine Person hier, das macht es dann alles schon einfacher dann. Oder sagt man einfach, ich will ein Abenteuer, gehe jetzt hin, alleine. Dann hockst du die ganze Zeit alleine in deiner Bude rum und machst kaum Kontakte, weil das schwierig auch vielleicht ist. Sprach ja auch und so, das kommt auch alles dazu dann. Aber ja, man merkt es auf jeden Fall. Man merkt auf jeden Fall, dass sich im Laufe der Zeit, wenn die Euphorie abflacht, dass sich schon was in einem verändert. Dass man das auch so bewusst... Oh hier, da die... Werben sie wieder mit der alten Kaiserflagge Japan. Ja, die habe ich eben auch schon gesehen. Die Rechten sind wieder unterwegs. Back to the roots. Ja, eben haben sie einen erzählt von Amerika und den bösen Koreanern und so. Ja, da sind sie wieder unterwegs. Ja, aber wie gesagt, man kann es auch positiv sehen, wenn man sowas sucht. Und wenn das kein Problem für einen ist und man kann sich relativ gut lösen von etwas, dann ist das natürlich auch wieder gut. Man kann sagen, man hat hier seine Ruhe, man kann alleine sein, wenn man will. Man kann so ein Hikikomodi werden, wenn man das will. Das ist dann auch wieder gut. Ja, das finde ich auch interessant, weil da bekomme ich auch manchmal Nachrichten oder Kommentare so, dass Hikikomodi ja so ein super, super 100% negativer Punkt an Japan wäre. Weil da wird es ja über was weiß ich wie viele Millionen, die da mal ausrechnen. Ob die Zahl stimmt, weiß ich nicht. Ja, das sollen so viele. Und die sagen, ja das kommt mit dem Druck der Gesellschaft zustande und so. Also meine Theorie ist ein bisschen anders. Und zwar muss man das ja auch erstmal machen können. Also die Gesellschaft ist ja im Grunde so gemacht hier, dass du so ein Hikikomodi mehr oder weniger durchziehen kannst, wenn du nur irgendwie Eltern hast, die dich ja am Leben halten. Oder wenn du meinetwegen auch Hikikomodi mäßig einen Job von komplett online zu Hause hast. Kannst du das theoretisch ja auch durchziehen. Es gibt ja Leute, die das auch bevorzugen dann, die praktisch, die haben soziale Kontakte, sind aber trotzdem die ganze Zeit drin, weil sie das dann vielleicht auch bevorzugen dann. Also irgendwie ist da ja auch eine gewisse Freiheit drin oder nicht? Also die Gesellschaft bietet dir die Freiheit, nie mehr rauszugehen, weil du alles online machen kannst. Ja, also ich finde auch, man kann das immer vom Beinsein betrachten. Es kann schlecht sein, aber es kann auch gut sein. Wenn man das wirklich so will und man fühlt sich damit am besten, dann ist das ja auch gut. Ja, weil wenn du eine Gesellschaft hast, die total extrovertiert orientiert ist, haben natürlich die Introvertierten ein riesen Problem, weil die müssen Dinge machen, die sie gar nicht machen wollen. Und ich finde, in Japan, finde ich persönlich, kann man beides machen. Also du kannst als Extrovertierter auch mega Spaß haben hier, kannst Leute kennenlernen, wenn du möchtest, aber du hast als Introvertierter halt auch mega die Möglichkeiten. Ja, das ist auch etwas, was mir persönlich im Laufe der Zeit gut gefallen hat. Also ich meine, als Ausländer kannst du es noch einfacher machen dann. Du kannst sowieso mal, also du kannst immer die Distanz halten, wenn du willst. Du kannst auch, was weiß ich, vorgeben, gar kein Japanisch zu verstehen. Im schlimmsten Fall, wenn man jemand vorliegt, verstehe ich nicht. Also du kannst immer so eine Distanz wahren, aber du hast auch immer die Möglichkeit, das selber zu überschreiten und auf jemanden zuzugehen. Und in der Regel entstehen da auch ganz nette Kontakte. Das finde ich hier auch immer ganz gut so. Wenn ich meine Ruhe haben will, dann habe ich sie auch. Und das ist wirklich etwas, was du in Deutschland nicht unbedingt hast. Dann klingelt da irgendjemand mal oder nervt dich wegen irgendwas. Oder kommen die Zeugen wieder vorbei bei dir, wollen ihr Pamphlet verkaufen. Ich meine, da wo ich auch wohne, da habe ich ja noch nicht mal eine Klingel in der Abtei, wo wir sind. Da kann mich gar keiner nerven. Das ist schon mal gut. Ja, nee, das ist auch wiederum was Gutes da. Aber wie gesagt, es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Ich würde sagen, zusammenfassend, würde ich sagen, kann man sagen, dass es schon Zeiten gibt, gerade am Anfang, in denen man vielleicht so ein kleines Tief hat oder in denen man vielleicht auch einsam ist. Aber dass wenn man durchhält, sage ich jetzt mal, oder halt wirklich hier leben möchte und sich dann halt auch hier das Leben zusammenbaut, mit meinetwegen Frau, Kinder, Familie, Freunden, dass es dann eigentlich mit der Zeit funktioniert. Das denke ich auch so. Man sollte schon Ziele haben, sich Ziele setzen, die man auch dann verfolgt und nicht einfach nur sagen, ich komme hierher, weil ich mag Anime. Und dann kommt man hierher und dann, wo ist sie? Das ist ja gar nicht so wie im Anime hier. Warum haben die Frauen da unten kein Cosplay an? Warum haben die normale Klamotten an? Aber das ist ja eigentlich klar, das sollte ja selbstverständlich sein. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir das Thema auch hier schon wieder. Von diesmal auf der Brücke. Leute, schreibt uns gerne in die Kommentare, wart ihr schon mal einsam in Japan? Und wie hat euch dieses Video von auf der Brücke gefallen? Und ja, möchtest du noch was sagen zum Abschluss? Ja, einfach vielen Dank, dass ich wieder hier sein durfte. Und vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, das war nicht zu langatmig. Und ja, gerne wieder beim nächsten Mal. Vielleicht auch wieder auf der Brücke, vielleicht auch wieder unter der Brücke. Wer weiß, wo es uns hinfällt. Vielleicht diesmal an der Brücke. Wie auch immer das aussieht. Ja. Alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Jochenаешь Pitcai. Bye, bye. Bye.